hallo das müsste jetzt alles wunderbar klappen ich gucke noch mal die einstellung durch nicht dass wir uns hier verrückt machen der ist zwar auf standard aber ich stelle das mal auf Kopfhörer sollte man also alles hören so gestern hat es ja nicht geklappt irgendwie habe ich die Tonspur ausgemacht im Mikrofon deswegen heute mal hört man mich hoffentlich auch wir machen noch einen Übungsmod weil hier irgendwie die ganzen Übungsmoddinger nicht ausgefüllt sind oder nicht voll sind machen wir einfach mal ich muss irgendwie das mal umstellen und gucken wo die Kamera hinkommt was geht es willkommen bei war so battle royale benutze deine Taktik Karte und wähle das ist unsere Abfunkzone bereit machen der weiße Kreis auf deiner Taktik Karte zeigt dir an wo sich das Gas nähert der Timer zeigt wie viel Zeit hier bleibt bis das passiert plane voraus suche Waffen bleibt nicht ungeschützt und du schaffst das das Gas verbreitet sich schnell in die neue Sicherheitszone mit dem Fallschirm kannst du von den anderen weg gleiten doch dann bist du erst später am Boden ich habe nur eine Handwaffe in die Gebäuden nach Waffen und Munition achte auf das Geräusch von Vorratskisten ah toll doch schon mal sehr gut da habe ich nur so eine gekackte Waffe sieht das hier so komisch aus gut gemacht rote Punkte auf der Minikarte zeigen die Position von Feinden in der Nähe alles klar aber doch nicht mit der Waffe hier und jetzt jag sie ich nehme die hier ist egal wieso ist das denn alles so unscharf habe ich irgendwie die Grafik runtergesetzt anscheinend kann man nochmal gucken Optionen was für ein fucky los ist nein ach du scheiße keine Zeit Mist muss ich gleich mal einstellen das ist kacke das sieht voll kacke aus gut gemacht rechts oben in deinem Hand siehst du wie viele Feinder es noch gibt hier ist dann Boden ja wenn das zu scharf ist muss man auch nicht sehen nichts da ist klar doch das Gas weitet sich aus sicherheitszone verlegt auf spüren und ausschalten das geht mir hören ja warte aber ich bin am konzentrieren ich habe nicht gesehen dass du was schreibst denn dann muss man was was irgendwas lockt mal weiter ja bist du denn nicht zu hause ich laufe hier immer ohne schönen pflanzerplatten was stimmt mit der grafik hier nicht muss ich gleich noch mal gucken ist ja nix ganz klar panzerplatten habe ich immer noch nicht du liegst noch im bett nur noch vier feinde übrig du weißt was zu tun ist ich versuche es ich versuche es lade nach dein helikopter wird den letzten überlebenden extrahieren ist der gut oh ich habe eine panzerplatte wow mit geld kannst du an vorratstationen abschussserien und andere spezialgegenstände kaufen das gas breitet sich aus sicherheitszone wird verlegt wo ist der hin wo ist der hin wo ist der hin wo ist der hin ich habe da nur noch drei übrig alter ich habe da irgendwann eine kiste gesehen scheiße mit geld kannst du an vorratstationen abschusssitzungen und andere spezialgegenstände kaufen alter ich habe dir ein paar panzerplatten alter alter dein gesicht alter kann doch nicht wahr sein sehn nicht ah da unten das ist noch ein feind übrig da wird hier wahrscheinlich rum gammeln ne panzerplatte Der Helikopter knubbelt ja alles weg. So, hallo unsere Seele, hallo zurück, erstmal verlassen, wenn ich das spiel, fängt ich nur raus, ja erstmal die Option hier machen, was war denn hier los, was sieht das so scheiße aus, was kann ich was, ah den möchte ich haben, Bildschirmauflösung, mal 2000, was, was ist das so dumm zum Einstellen, Spiel verlassen, kompletter Spiel verlassen, nein, aber die Jungen habe ich schon mal, kann man mich denn gut hören, das ist also geschrieben, ah hier, innen und innen, wie klar, ah ok, das heißt es passt alles, dann, der steht auf, eine Runde zusammen, ja, du liegst noch im Bett, auf Vollbild kannst du mir einstellen, ich habe Vollbild, oder wie meinst du das jetzt, hier ist es auf 100, alle Einstellungen finde ich ein bisschen komisch, puf, schau, was ist das, ich mach nochmal so ne Übungs, äh, wo so ne, ach die hab ich ja schon, aber hier stand doch irgendwo, das ich irgendwelche Übungsmissionen Ich habe Da, Tenning Arme Loses Fenster Plaste Achso Da Da muss ich mal gleich zurück antworten Ungelesene Nachrichten Die Ja Schauen wir mal, was ich da reißen kann. Ja, musst du dir eine kaufen. Musst du dir eine kaufen. Oh, wir haben zwei. Ich weiß gar nicht, ob man mich hören kann. Einzelkack da. Jetzt wird es natürlich spannend. Ja, wenn ich mir den neuen rolle, wahrscheinlich dann. Voll gegen die Tür. Voll gegen die Tür. Aber läuft. Also nicht sehr. Ach du. Ah. Da ist ja nur aufwärmend. Schon wieder habe ich so mega, mega viel... Gut, das war genug vorgeplänkelt. Jetzt wird das ernst. Hm. Okay. Jetzt geht's los. Weiß ich nicht. Also ich merke kein Röntner, das ist vom Aufzeichnen. Wenn ich anfange zu schreien, dann nur weil die Dinger wieder so laut sind. Ja, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum so zu muttern. Was ist denn? Kommt vor da so laut. Nö, also es leckt mich. Hier einen Einstiegspunkt für dein Team. Das Gas breitet sich schnell aus. Begebe dich in die Sicherheitszone. Das sind dann meine Team-Matter. Dein Primärziel ist, dass sie alle zu töten. Hm. Läuft bei mir. Und sie alle zu töten und zu knechten. Was haben wir denn hier? Gar nichts. Munition. Keine Waffe. Keine Waffe. Gar nichts. Scheiße. Muss ich hin da lang? Das ist natürlich doofe. Oh, fuck. Okay, das geht ja noch. Ich fahre. Und ich war. Und ich war. Ja, klar. Ich fahre einfach nicht von mir. Das soll's. So geht das, Leute. So geht das. Oh, da ist einer. Scheiße, ey. Da war's ne Kiste. Ich hab' ihn auch gesehen. Ich hab' ihn auch gesehen. Hier, hier, gleich in einer. Wo war das mit Aufhegen? Shit! Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, jetzt kommt der Scheiß. Harald. Wir sind jetzt im Gulag. Kämpfe um erneut eingesetzt. Zeit für eine kleine Auseinandersetzung. Du bist dran, Kumpel. Mach dich bereit. Ohne Waffe? Wenn du hier gewinnst, gehst du zurück an die Front. Verlierst du, ist dein Kampf vorbei. Jo. Alter Falter. Ach, so baue ich das. Oh, da ist eins. Oh, cool. Und ohne. Aber ob sie hier zum Einsatz kommt, das weiß ich jetzt auch nicht. Was sind die denn, Alter? Mitten im Kampfgebiet, nicht eigentlich? Okay. Das Gras breitet sich aus. Shit. Ah, ich... Ohne Munition geht's ja schlecht. Ja. So. Ach, wenn ich den Pass hab. Wenn ich den Pass hab. Spam aber ganz schön voll mit dem Pass hier, ne? Sprachnachricht. Wieso schreibst du jemanden hier? Schreib Sprachnachricht. Das ist halt auch noch. Hier sind Eiko. Werde noch ein Stück und so weiter. Sofort. Und dann. Ähm. Wenn ich's zu begrenzt, nachher was ich hab. Aber ja, wenn du Bock hast, äh. Ich hab's okay. Und was? Ähm. Na, zum Bescheid, wo ist. Na. Ähm. Ähm. Ja, wie gesagt. Ja, Coöle. Dabei sagen wir, äh, sprechen wir auf das ganze Webber vielleicht. Alles klar, Coöle. Machen wir. Hast du mir auch geschrieben. Haha. Immer mal Kopfgeld. Shop. Gibt's auch wieder was. Nein. 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 Ja. So, so. Aber mein Ding ist nicht aktiv. Wie erzähl ich hier gerade. Audiminded. Ich hab mir nichts ausgedreht. Sprach. Das ist so. Das ist so. Ja. Das ist so. Ich habe doch Mikrofon. wir warten auf den einsatz befehlen so jetzt wird rumgeballert scheiße weiter jetzt erledigt oh man ja komm Das Aufwärmen ist erledigt. Segen wir endlich los. Der Feind springt über dem Gebiet. Beutegeld. Sammelt Geld, indem ihr Aufträge abschließt, Beute macht oder Ziel... Wähle einen Einstiegspunkt für dein Teamsoldat. Der Weg. So. 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 Hier entlang. Markiert, in Bewegung. Will das jemand haben? Ich hab hier etwas Bargeld. Will das jemand haben? Ich hab hier etwas Bargeld. Will das jemand haben? Will das jemand haben? Braucht das irgendwer? Ziel aktualisiert. Diese Position sichern. Ich bewege mich so gut wie ich kann. Ich hab ein Sturmgewehr. Naht das irgendwer? Ohne. Ohne. Ich hab ein Sturmgewehr. Das ist das Objekt. Wieso bin ich der Einzige, der da hinläuft? Das ist der Abstand. Da ist es, da ist es Was ist das? Ich hab das noch Aufklärungsdaten gesichert, gut gemacht. Will das jemand da bin? Ich hab hier einen EMC, hab ein Sturmgewehr. Ich hab hier ein Scharfschützengewehr. Sorry, Bro. Sorry, Bro, aber du bist in meinem Weg. Ich sehe Aktivitäten. Das ist ein Händler. Das ist ein Händler. Das ist ein Händler. Das ist ein Händler. Ich hab hier einen Werfer. Evakuierung in Bereitschaft. Eine Landezone markieren. Ich hab eine Bank gefunden. Moment, vergessen wir das. Ich bin ganz ruhig. Ich sehe Aktivitäten. Braucht das irgendwer? Ich sehe Aktivitäten. Ich sehe Aktivitäten. Wo denn? Fuck. Scheiße. Ich bin kein Geld. Ich hab dich aus dem Geld. Ach, schütze. Scheiß Fick Oh man Oh Oh They were banking this money I have an EMP Das macht keinen Sinn, da sitzt da hinten Ich habe eine Bank gefunden Danke schön Was sind die Scheiße eigentlich? Oh 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 Alter Falter Oh 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 Bisschen blöd alles hier Da war schon mal jemand hier. Oh, die Karten sind schon mega gut. Was sind denn meine Teamkameraden? Ich glaube, die sind alle nicht mehr da. Das ist mir wahrscheinlich nicht selbst. Das ist natürlich blöd, wenn ich jetzt hier alleine spiele und mein Team weg ist. Das macht auch mega viel Sinn für mich. Aber was soll's. Das geht ja nur um den Spaßfaktor. Was blöde ist, die hängen wahrscheinlich irgendwo mit einem Scharfschützengewehr. Ich habe eine Nahkampfwaffe. Was blöd ist. Ein bisschen Geld. Nur Nahkampf wohnt sich. Nicht so wirklich eigentlich. Kann ich nicht rein. Ich hoffe, ich finde hier irgendwas, finde ich. Das ist mir gut. Achtung. Drohnen Treibstoff ist knapp. Zurück zur Basis zum Nachtanken. Okay. Mach das. Mal. 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 Ich streife ja durch die Gegend. Und dann schauen mir die Gegend an. Ist das eine Legende, oder? Tatsächlich. Jetzt muss ich jemanden nur für die Flinte kriegen. Oder jemand, der schießt mich mit Scharfschützen, wie wir das schon öfter hatten jetzt. Ist ja Freude, 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 genau. Ist das nicht das gleiche? Die ist aber irgendwie schon cool. Okay, nehmen wir die Legende da mit Salz. Sehr gut, wir sind hier in Mother Russia. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss mir einen sichern. Ping, was ist denn Ping, Alter? Ja, dann werden wir auch da hinlaufen. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Hm, da ist einer. Spielt schon etwas länger. Der Junge. Der Junge. Ich will auf jeden Fall das Geld, was ich habe, ist nicht viel, meine Sicherheit bringen. Was ich glaube, dass es nicht klappen wird. Aber wir versuchen es mal. Na, so ist es ja nicht, dass ich hier nicht mein bestes versuche. Oh Mann, ey. Also da scheint das immer richtig gut loszugehen. Ah. Durch den Waldlauf macht auch Spaß. Ich habe ein bisschen Angst. War hier jemand mit der... Du wirst von einem feindlichen Team verfolgt. Sei vorsichtig. Ernsthaft. Ernsthaft. Bedrohung. Lass mich bitte einfach nur das Geld abliefern, dass ich das einmal im Leben es schaffe. Ja. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Schön in die Beine gehauen. So ist es, wenn man alleine spielt. Am besten ist es, wenn man jemanden tatsächlich hat, den man kennt, wo man zusammen spielt. Das ist das Beste, was man machen kann. So mit irgendwelchen Pfeifen macht keinen Sinn. Meiner Meinung nach. Oh Mann, ey. Wieso? Lass mich doch einfach mal. Das kann echt nicht wahr sein, ey. Oh mein Kreuz tut irgendwie weh. Wo war denn der Sack? Fracht ist an Bord und wird aus dem Einsatzgebiet evaku... Fracht ist sicher. Evakuierung zurück zur Basis. Das heißt, mein Geld ist doch noch evakuiert worden, oder was? Keine Ahnung. Missed. 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 Leider kann man da nichts machen. Erleidisch, endlich! Was ist das? Das sind so Assis ey! Das sind so Assis! Die warten dir nur an den Topfen ey! Hammer! Eigentlich keine so dumme Idee. Aber trotzdem. Du Assi ey! Du bist ein Assi ey! Du bist ein Assi! Ja, das müssen wir halt machen. Naja, das ist doch so ein Kratz. Ich bin wieder auf Station und helfe euch. Warum hab ich dich gesehen? Wo du hinläufst? Du Arsch! Der Vogel verlässt das Einsatzgebot! Fracht ist sicher! Evakuierung zurück zur Basis! Finde landen im Einsatzgebiet! Scheiße! Der ist hier bestimmt nicht mehr. Das einzige sind nur Gekämpfer hier. Am Punkt. Hier wurde einer auseinandergenommen. Wie kümme ich mit dem Kack? Die wehren eigentlich nicht aus. Okay. Damit komme ich nicht klar. Weh! Die wehren! fuck ey fuck so ein scheiß man hat auch viel eingekriegt da dich kriegen wir noch dann spring da unten ab bin ich denn jetzt das ist ja am arsch der welt ja wie soll ich denn hier noch was reißen oh man ja gut ich glaube aber nicht dass ich hier jemanden erwische ja 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 du hund das ist nicht meins ist nicht mein spiel das ist nicht mein spiel ja 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 leute 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 die kämpfen nur von diesen dingern ey das ist ein bisschen doof finde ich fuck von nichts kann man nichts verlieren jeder arsch ist da jeder arsch das ist nicht euer ernst jeder arsch ist da ne das macht alles keinen sinn das macht keinen spaß ne also das ist ein bisschen blöd finde ich gemacht ja ja das ist wie ist das ist das ist nicht ne ich das nicht ich nicht und jetzt stetigen und jetzt Waffenverschaltung, okay Ah Keine Ahnung, aber das ist die Ausrüstungsgedönsung Die ist Level 2, okay Und jetzt Kann erstmal sowieso nichts Anstrengendes machen, oder? Blendgranate. Benutzt das eigentlich hier jemand? Hier wird einfach nur umgeballert. So das Gefühl. Kann ich das hier umbinden? Ja, tatsächlich. Aber ich kann der Waffe jetzt zum Schmiede. Ja, kann ich doch noch anpassen. Aber das gibt doch hier noch irgendwann eine Waffenschmiede, oder? Waffenkammer. Neu. Verstehe ich nicht. Das ist aber eine andere. Wieso? Sticker kann ich drauf machen. Okay. Tarnung. Fühlt mir aus. Tarnung. Tarnung. Kommt ja mal so ne Idee. Hier habe ich eine Waffenkammer. So, sind das nur Baupläne, die ich zusammenbauen kann? Oh, die kann ich jetzt nicht zusammenbauen, oder was? Ich treu mich wahrscheinlich zu blöd an, oder? Ich lese auch diese Dinger nicht, die sind mir auch vollkommen scheißegal. Ich lese die einfach nicht, ist mir egal. Was hat er hier für welche? Impressiver Bonus. Okay. Mhm. Mhm. Das ist doch Raketenwerfer. Achso, Waffenwechsel schneller. Mhm. Mhm. Okay. Das ist eigentlich ganz gut. Standard. Standard. Oder? Genau. Keine Ahnung. Was fahren die an denn? Was ist das fast das gleiche alles? Das muss man halt freischalten. Okay. Ja, was wird da denn noch von mir? Ich zeig mir immer noch hier an. Wieso? Was ist denn das Problem? Kann man nicht normale Waffen nehmen? So, bald. Na ja, nehm ich lieber den Standard-Dude. Die labert mir zu viel. Das heißt, nur bei ihr gibt's Optional. Bei ihm gibt's keine Modifikation. Sehr doof. Wie krieg ich denn die? Freigestaltet gar nicht. Ähm. Warte. Missionsrausforderung. Waffen. Nein. Ich mach mal lieber doch mal vielleicht die Trainingslager. Irgendwas. 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 So. Kann ich nicht von hier aus starten? Ja. 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 Wie sieht ein Card gibt's da? Wenn du C2 machst. Ja. 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 Es ist mir ein bisschen unklar. Hier sind die Ziele. Aber. Ja. Ein Übungstrainingslager. Okay. Und wie komme ich wieder auf das Trainingslager? Und wo komme ich zum Trainingslager? Da sind die ganzen Dinger. Irgendwie hat das mit dem Trainingslager nicht geklappt. Hier gibt's kein Trainingslager. Das einzige was ist. Das ist Royal. Und die habe ich ja schon. Die Belohnung. Warte noch mal zu machen. Die habe ich auch. Pingen sie einen Feind. Das habe ich doch alles schon gemacht. Ja. 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 Spürer Sicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hier kannst du ja nichts anderes mehr nehmen. Achso, das ist ja vom, das könnt ihr gar nicht sehen, das ist hier von, äh, von GeForce hat er automatisch, äh, die Highlights reingemacht. Jetzt hänge ich hier fest in diesen Kack, abbrechen, das ist die Maus bei diesen Kack, also Kacke, Highlights, aber das sieht ja mal, ja, na gut, lassen wir das erstmal, erstmal, wir sehen uns dann später. Vielen Dank.